Da habe ich das anders gemacht. Da habe ich ein Fünnitz gefunden. Eine gute Riege, einer links, einer rechts, einer ein Tiger, einer ein Drachen und ich ein Fünnitz durch. So, das wird erklärt. Das ist ein Typo, einer, einer ein Drachen, einer ein Phönix. Und ich ziehe da durch. Und mit den Fünnitz wieder alle. Der hat noch einen Töp. Und ich habe das ein Töp. Ich habe das ein Töp. 1 3 3 4 6 9 Es ist ein kleines Schraubes. Hier ist es ein kleines Schraubes. Es ist zu alt, ich kann es nicht.